so Leute was geht ab hier ist euer Vantessa Vantessa CortanaTV und heute machen wir eine Runde Duos zocken mit dem Zombe Zombo mit Musik im Hintergrund super ich bin mit danach noch ein bisschen kreativ das andere das kreativ wird ein extra video okay ich mache jetzt die Musik aus Digger die irritiert mich irgendwie ein bisschen lass es löpisch warm ja ist irgendwie der Ort bevor ich sonst nur hingehe einfach nur um freesale zu kriegen ja das ist ja nicht so hast du einen Creator Code eingetragen ja in welchen Arian FN sehe ich ja auch ich wechsle immer zwischen Arian FN und der Marquis Arian FN ist ein richtig geiler Fortnite ich glaube ich mag den echt ja er ist auch echt gut ja der hat mich motiviert überhaupt Fortnite anzufangen zu spielen ja eben ich finde sie richtig geil und hätte ich nicht seine Videos geschaut hätte ich jetzt auch kein Fortnite gespielt ja ich auch nicht ich habe mich ja inspirieren lassen von Standardskill und dann habe ich halt Arian getroffen scheiße wow wir sind so du baust es ab und ich flieg runter und du springst dann ja mach bereit machen so wie Trimax sagen würde einfach rausschneiden Alter das ist echt kraten warte ich lade dich zu einer Party ein okay ja stimmt das wissen wir so bitte komm rein gut hi hi ich denke mir immer so habe ich irgendwas falsch gemacht weil dann immer eine Zeit einfach niemand reinkommt aber jetzt weiß ich sie und ich würde helfen der Forster dann tun wir uns mal nirgendwo auch ne was habe ich oh das wäre mega geil ich hatte nämlich am Freitag nur vier Stunden Unterricht weil ich in der ersten Klasse war weil wir aufgeteilt waren weil so gut wie alle Lehrer krank waren und da war ich in der R1 der erst mal so geil ja wir landen noch weiter und dann passiert sicherlich das gleiche ich mag die ersten Klassen ich habe abgebaut und bin dann straight so richtig so also straight einfach in der Mitte durch und dann gestorben also diesmal lande ich nicht da oben ich hab's nicht mal mehr der der du hast wo kann ich denn du alter wie viele grad mitkommen bitte lass dir keiner sein bitte lass dir keiner sein ist mir egal scheiße ist keine Waffe doch meine ich hab ne Pistel ja Digga wo geht denn der jetzt hin Digga ich treff sie nicht Digga komm her jetzt komm lass dich doch einfach um jeder weiß dass du es nicht schaffen ich hab so gesagt auch nicht dein Ernst Digga 14 Schuss für eine Pistel ist gut ist gut oder den Dinger nicht weiß ich kenne es ich geh jetzt einfach durch ich will einfach jetzt nur zu dir kommen du bist meine einzige Rettungskarte sind steps ich will einfach jetzt nur zu dir kommen um die Erwachsenen auch alle da um ich dachte gerade nur mein Vater hat nicht gerufen nachgleich auch bereit es ist echt momentan stressig mit der mit den ganzen Diener also dies an einem nicht nur egal aller guten Dinge sind drei und dann durch eine Falle sterben so bei einer läuft rein Alter da ist eine Falle der guckt erst mal so fünf Stunden nach oben in 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 kann man machen kann man machen muss man aber nicht okay jetzt landen wir ja ich hab die Stadt nämlich gerade gesucht da hinten werden so wie wir ich muss weiter nach vorne kommt ich glaube das war endlich diesen vier habe ich auf dem pc angefangen zu spielen ich habe das nicht ich habe das nicht also ich nehme immer diesen wasser den auch Arian hat der hat Ariane musste ja blutig ehrenpuder blau hier ist eine graue tech für dich damit wir uns die Runde reißen auch cool ich komme zu dir mein großer für die beste Stadt für die meisten Gegner hinkommen wir müssen dann auch nein noch schlimmer aber es ist wenn ich ein Raketenwerfer in der sonst wenn ich Solospiele finde ich nie ein Raketenwerfer wenn ich ihn brauche und jetzt brauche ich ihn sogar nicht und finde einfach ein ein geschossen habe ich nicht geht nein geschossen habe ich nicht hatten abgebaut ich spitz hat den grad hab ihn ab Mop 395 8 ich will nicht wieder mit Raketenwerfer mich verunglücken ich habe die die sind gläubig die 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 das die 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 Kühn und jetzt müssen wir mal wieder hochgehen Pistole Post und Mini in weil der Konferenz nicht probieren hier und nicht hier in dir so viel mache ich für dich das gibt es zu mir ein Tritt in die Klinik den Gründer er das meine ich wusste hier sind noch mal Minis aber diesmal das sind Munis die Geist wenn du ach so grün AR ich dachte ich hab das auch nicht gefunden nein aber hier ist ne graue AR als Oppi als Oppi richtig hat ordentlicher ich hab 200 Apeliger in BG ich gar nicht bemerkt ja ich hab keine 200 Apel da habe ich auch ich hab 280 Apel er hat er das kann ich sagen ich hab 180 Apel ich bin es unlogisch war bei den Städten hier kummer bei so einem Picknick Schirm hier kann man drauf springen aber da wo die Stände sind kann man nicht drauf springen das war meine Kiste mit grüner MP nehme ich aber an ich bin es ja es ist echt von Sabrina sie jagen den Wind sie reisen im Schwind weil sie freunden sind hey warte doch mal auf mich Ups hab dich vergessen was machst du Scheiße das Ding kommt, Digga ich muss erst mal zu dir kommen, ne? Ja la 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 ich werde auch fressen, projektieren aus meinem Marketing komm doch her, Digga spring da runter, mach ein Ultrastund Digga, springst denn du nicht durch den Feuerring? ich war doch nicht haha Digga ich schuhe gehen wir müssen saulange noch spielen glaub ich nicht ne, wir bleiben einfach stehen ach, deswegen sagen die guten Spieler, man soll stehen bleiben ne, ich hab noch mal Bandys Digga, wie lange denn noch? und guck mal auf die Map, wie lange wir dann noch rennen müssen Digga, warte doch mal auf mich Digga, warte doch mal auf mich Stopp, warte mal, wir Digga, ich bin nicht rot ne, bin ich nicht Digga, ich bin nicht rot ne, ich bin nicht rot warte kurz jetzt kommt ihr Sauen die Bilder wieder ich fallte es und warum mich selbst ne, dann habe ich nicht das wäre so richtig, wie ich gar nicht muss ich weiß ah ich weiß ich weiß Du wolltest rauf springen und dann habe ich ihn weggebaut. Holst du dir eigentlich auch den nächsten Battle Pass oder holst du dir noch diesen Battle Pass? Ich guck mal sowieso den nächsten. Hast du PS Plus? Ich bald. Da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Wer hat den Chat verlassen? Lass einfach jetzt hier erstmal rennen. Wir müssen den nicht extra jetzt angreifen. Ist der alleine? Wenn ja, dann können wir ihn angreifen. Egal, lass einfach gehen, lass einfach gehen. Lass dir beim Fluss lang. Ne, einfach... Lass einfach beim Fluss jetzt langspüren. Ist mir egal. Hey, klappt doch einigermaßen. Komm doch einfach, Digga. Komm doch jetzt. Ja. Ja. Ja, dann komm doch. Dann komm doch. Digga, die Toni. Manni. Was soll ich denn nur um dich machen? Digga, wo... Digga, wo gammelst denn du rum, alter? Digga, wo gammelst denn du rum, alter? Nimm doch... Nimm's doch! Nimmst doch! Nimm's doch! Er ist bei 5 HP, ne? Digga! Hast du noch was zum Heal? Wir spielen hier Zone Wars Scheiße, ich bin recht hoch Ja, der wechselt immer unter 13 Warte, ich hab ein, ja ich hab ein Bendy Ist egal, lass campen Digga, renn, renn doch, renn doch Es sind nur noch paar Sekunden Ist doch egal, renn doch einfach durch Was hast du denn, du? Ich bin sicher nicht Passt schon Passt schon Renn mit mir mit Digga Noch 10 Sekunden Komm jetzt schnell Ich hab Bendy's, ich hab Bendy's Oh Ich hab auch Minis Warte, komm Ist mir egal Bendy's Okay, wir überleben das locker, wir haben elf Bendy's 6 Schillis Ich mach jetzt Autoren an, das wird mir einfach langsam nochmal zu viel Spring mal ein bisschen Mich wurde grad gesnappt Ich seh'n Lager vorher, ne, war ja klar Und jetzt in Bendy's Warte Komm hin, Digga Da komm her Ich hab dir Bendy's gegeben Oh, stimmt Wo ist der? einer einunddreißiger ja das einfach jetzt ich wurde offen ich wurde das nun schnitt auch danke ihren mal und jetzt mal schwitzen aber die greifen nicht an okay das ist erstmal das macht ihr ich weiß dass man auf sieg gehen okay acht gegner also acht minus zwei was ist acht minus zwei die im gegner leben noch sechs gegner leben noch ja das verkennt was ein affe egal ja 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 ja